Was filmen wir denn erstmal? Das schafft er wohl nicht. Das ist ein bisschen größer. Das ist ein bisschen größer. Ich weiß, diese Tiere müssen für acht hoch. Aber wo kommt das Tier? Wie kommt das tatsächlich durch? Ich würde aufpassen. Ich würde aufpassen. Wer kommt das tatsächlich durch? Vielen Dank.